Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 7. März. Es grüßt wieder Chris Kemmerer on Air und wir schauen heute wieder mal auf sehr beliebte Underlyings. Interessanterweise ist es häufig so, dass die Klickraten auch gerade bei exotischen Währungspaaren, die durchaus auch interessant sind, relativ niedrig sind. Aber es ist halt zumeist so, dass man sich immer gern auf die Top-Underlyings, wie eben auch bei den Indizes, dem DAX und den Dow Jones konzentriert. Wenngleich der FUZI 100 oder auch der MDAX hier sicherlich auch interessante Settings bieten können. Drum schaut auch immer mal über den Tellerrand. Heute möchte ich dem nachkommen, dass eben auch Gold und Silber gerade als Top-Underlyings natürlich sehr, sehr interessant sind und an wichtigen Marken notieren. Und das ist natürlich ein Grund genug, dass wir uns dem Ganzen mal widmen. Und wie immer an dieser Stelle, JFD Brokers ganz klar für pure Transparenz bekannt. Und Sie wissen selber, dass Sie auf eigenes Risiko handeln grundsätzlich. Aber, und das ist wichtig, dass Sie hier auch natürlich bei JFD Brokers den Zugang zum Interbankenmarkt haben und Gold und Silber a la Spotpreise handeln. Keine Derivate, keine künstlichen Produkte, sondern den realen Interbankenpreis. Der wird Ihnen hier sozusagen dargestellt. Und dafür stehen wir mit unserem Namen JFD JustFanDirect. Und genau so sieht es aus. XAUUS-Dollar zum Beispiel das Symbol für den Goldpreis im Interbankenhandelt. Praktisch wie ein Währungspaar. Ja, XAUUS-Dollar. Insofern eine sehr, sehr schöne Konstellation. Doch gehen wir jetzt mal hier auf den Chart ein. Wir gehen direkt in den Tagesschart. Wenngleich ich auch Intraday dann hier einiges zu sagen habe. Denn die Intraday-Fuzzi-Vektorlogik hat heute wieder etwas sozusagen zu präsentieren. Unlängst, wie gesagt, hier die ABCD-Struktur. Sehr, sehr geradlinig, sehr, sehr schön. Das High wurde nicht ganz erreicht. Würde dann praktisch hier mit einem Test dieser Abwärtstrendlinie zusammenlaufen. So zumindest die theoretische Idee. Der Preis sackte hier dann am 27. Februar um. Sackte um, besser gesagt, stoppte erst mal und sackte dann während der vergangenen Tage sozusagen gen Süden. Das haben wir auch recht gut eingefangen. Sie erinnern sich hier, diese blauen Pfeile wurden in einem der letzten Radarsendungen skizziert. Und genau das trat auch ein. Schön, wenn es funktioniert. Wir bewegen uns hier immer auf dem Eis der Wahrscheinlichkeit, dass es so kommen muss, ist relativ offen. Letztlich versuchen wir immer Chancen und Risiken abzufedern und abzuwägen. Und wie man hier sehr, sehr schön sieht, der Preis hat sich entsprechend gen Süden entwickelt, so wie erwartet. Und wir haben jetzt hier ein Level erreicht. Das sehen Sie, das 23,6er Fibonacci Level. Dieser Bewegungsimpuls ist von Dezember bis hier zum Februar. Dieser Bewegungsimpuls wurde also um 23,6 Prozent korrigiert. Absolute Minimalkorrektur. Optimalkorrektur wäre 38,2. Sozusagen dann hier wirklich eine saubere Konsolidierung, ein sauberer Rücklauf, um dann theoretisch wieder in den nächsten Aufwärtsswingen überzugehen. Wesentlich tiefer sollte es nicht gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir auch hier nach dem Goldenen Schnitt das 61,8er Level touchieren. Letztlich erstmal abwarten, was hier nun passiert. Denn diese Unterstützung um 1.210 ist wichtig. Da liegt der Bereich 38,2. Sind wir aber noch ein Stück weg. Wir haben gestern zum Wochenauftakt eine Schwäche gesehen. Sind jetzt hier unter das 23,6er Level sozusagen zurückgefallen. Das ist etwas unschön. Hier der blau skizzierte Pfeil zeigt an. Okay, es würde aber trotzdem genügen, wenn wir uns hier irgendwo stabilisieren. Darum lasse ich die Pfeile mal hier so im Loop. Will Ihnen aber auch nicht die Saisonalität vorenthalten, die hier neben heute, gut die Wochentage selbst jetzt nicht so kritisch. Montag, Dienstag sogar sehr positiv. Mittwoch, Donnerstag wird es dann ein Stück weit schwächer. Man beachte hier den Donnerstag statistisch der schwächste Tag während der letzten 52 Handelswochen beim Gold. Aber der Freitag dann höchst, höchst bullisch. Der bullischste Tag auch im Overall View sozusagen hier für den Goldpreis. Generell aber unabhängig der Wochenstatistik haben wir saisonal jetzt so ein Stück weit negativen Wind, der uns entgegenbläst. Also die Notierung sozusagen nicht von hinten anschiebt, sondern eher oben drückend wirkt. Und das lässt hier diesen blauen Tendenzfall durchaus möglich werden. Wir haben heute allerdings einen positiven Wochentag. 54 Prozent, das passt. Und wir haben heute auch eine positive Fuzzi-Vektor-Logik zum Goldpreis. Einmal im 7 bis 22 Uhr Modus und einmal im 24 Stunden Modus. Klicke ich jetzt direkt drauf. Haben wir sogar zwei Pattern, wenngleich das mit 17 Erscheinungen etwas, ja, ich will nicht sagen, zu vernachlässigen ist. Aber 17 Erscheinungen in den letzten 17 Jahren ist eben doch ein bisschen wenig. Dennoch hier ein positiver Erwartungswert. Und das haben wir praktisch jetzt hier im Doppelpack, auch beim Silber. Schaut mal ganz gut aus. Goldpreis bislang eben kaum bewegt. Wir haben hier eine, ja, 3 Dollar. Aber wir sehen ja dieser winzigen Kerze, eine 3 Dollar Bewegung bisher. Das ist mal gar nichts. Und insofern gehen wir mal in den Tagesschart. Wie gesagt, hier 1225 wichtiges Level. Wenn wir hier in die Stunde schauen, haben wir hier, wir stauchen das mal etwas zusammen, auch so ein paar Kerzenspikes. Sehr, sehr schönes Level. Lässt sich hier sehr, sehr schön einfangen. Das ist eine Price Action Zone, wo der Preis mehr oder weniger immer wieder, ja, seinen Halt gefunden hat zuletzt. Und jetzt notieren wir eben genau da. De facto ist es so, Sie nennen auch den heutigen Pivot Point im Bereich 1229. Wenn wir da drunter bleiben, hat sich das FUZI Vector Logik Pattern, was wir hier sehen, bullischer Natur, erstmal erledigt. Wir haben ein theoretisches Tagestief bei 1023 beim relevanten Pattern. 1027 bei dem eher unrelevanten Pattern ist dürftig. Aber grundsätzlich sind wir hier schon in Richtung der Tagestiefs gelaufen. Könnte aber nochmal in einen Lauf in diese Richtung kommen. Schauen wir mal auf den 7 bis 22 Uhr Modus. Da haben wir das Tief bei 1225, 96. Da sind wir so ziemlich genau jetzt. Also grundsätzlich der Spielraum nach unten vom Pattern her begrenzt. Der Preis sollte im Ideal nicht das gestrige Tief, äh, sorry, das Tief vom Freitag, dritter, dritter, hier nicht unterschreiten. Wir haben hier ein Price Level von 1222. Das sollten wir nicht drunter gehen. Wenn das passiert, hat man dann praktisch ein, ja, prozyklisches Folgeabwärtssignal, was eben die seit jüngster Zeit eingeleitete Abwärtsbewegung antreiben dürfte. Und dann könnte es doch eher gen Süden gehen. Also 1222 mal aufpassen. Anhand des Wochentags, anhand der Pattern-Statistik bleibt aber zu sagen, wenn der Preis es schafft, den Pivot Point zurück zu erobern oder sich hier eben auch stabilisiert, kann man spekulativ hier mit kleinem Risiko theoretisch schon einsteigen. Ein 15 Minuten oder auch Stunden Schlusspreis über 1229 wäre dann aber eigentlich das Einstiegssignal, um sozusagen auf eine Aufwärtswelle zu spekulieren, die dann hier theoretisch Potenzial in Richtung 1239 zulässt, ja. Das heißt, wir würden die gestrigen Hochs attackieren und das ist doch mal eine gute Aussicht. Das muss man ganz klar unterstellen. Bleibt der Preis allerdings hier unterhalb des Pivot Points und wir machen sogar eben neue Tiefs, gehen auch unter die Marke von 1222 runter. Haben wir hier das Support Level 1, aber das dürfte nicht so viel helfen. Dann muss man sagen, hat der Goldpreis definitiv eine Schlagseite und dürfte wohl weiter korrigieren. Dann hätten wir hier, ob es heute passiert, morgen passiert, aber das Level von 1210 Roundabout sicherlich vor uns. Und dann muss man einfach auch den Tagesschart wieder hinzuziehen und abwägen, wohin die Reise geht. Geht Goldpreis, aber in jedem Fall interessant. Gehen wir zum Silber. Haben wir hier die Situation, auch da können Sie sich erinnern, wir hatten wie gesagt das letzte Devisenradar und die Silber-Goldpreisschwäche antizipiert. Hier knallte es dann am Donnerstag, war das genau, knallte der Preis dann hier am frühen Abend nach unten weg. Die Pfuzzi-Vektor-Logik damals auch bärisch. Hier oben schöner Widerstandsbereich beim Silber. Hier ein Support Level, das haben wir hier regelrecht durchstoßen mit diesen starken Ausverkaufskerzen. Und Silber jetzt hier so ein bisschen im Nirvana-Situation aber die, wir müssen das Support Level mal hier ein Stück anziehen. So, Zone haben wir hier skizziert. Fuzzi-Vektor-Logik holen wir uns auch mal den Silberpreis, der dann hier übrigens mit XAG, also XAG, US-Dollar notiert. Hier im 20-Stunden-Modus auch bullische Pattern, sogar relativ anständig von der Erscheinungshäufigkeit. Sehen wir hier theoretisches Tief, 17,73, 17,72, exakt, da sind wir gerade. Also wesentlich neue Tiefs sollte es nicht geben. Nach oben haben wir aber deutliches Potenzial. Sie sehen es, 18,15, 18,23 würde hier für eine Attacke auf das Widerstandslevel sogar vielleicht noch wesentlich höher auf ein früheres Support Level hier im Bereich 18,23 hinweisen. Bleibt spannend zu beobachten. De facto haben wir hier einige Cluster auf der Oberseite, die den Weg erschweren, zumal auch jetzt die Frage steht, woher soll denn der Schub kommen? Haben wir news-technisch da was am Horizont? Schauen wir doch direkt mal auf die heutige Landkarte in Sachen News. Hier schön zu sehen, dass der Markt dann die Handelsbilanzdaten um 14.30 Uhr erwartet. Dann haben wir hier Einzelhandelsumsätze, also nichts wirklich so mega bewegendes. Verbraucherkredite, das sind alles Daten, die den Goldpreis eigentlich nicht so arg anheben dürfen oder hier eine gewisse Richtung lenken. Aber grundsätzlich das Potenzial gegeben, sei es auch wieder durch irgendwelche Twitter-News oder dergleichen, dass der Goldpreis anspringt. Statistisch gesehen spricht viel dafür, dass wir da heute einen Lauf nach oben sehen. Aber auch hier beachten, erst über den Pivot-Point wird es interessant. Unterhalb dessen kann sich viel seitwärts abschieben oder ablaufen. Und dann eben auch, wenn es eben insbesondere neue Tiefs gibt, diese Lage sogar noch ein Stück weit zuspitzen. Wir gehen auch gleich dazu in den Tagesschart, aber oberhalb von 17,80 Dollar auf 15 Minuten Stundenbasis haben wir das technische Potenzial, dann hier wirklich eine enorme Aufwertung zu sehen, die dann im Ideal eine solche steile Bewegung zulässt. Wie gesagt, anhand der Fuzzi-Vektor-Logik denkbar. Starkes Momentum wäre hier durchaus möglich. Machen wir aber den Rücksetzer durch Brechensupport-Level 1, 17,64 Dollar. Sehen wir auch hier, gerade am Tagesstart, den habe ich jetzt mal ein bisschen übergangen. Silber ja grundsätzlich auch hier in einem besseren Lauf bis zum 2.3. Die starke Ausverkaufskerze hat hier fast zwei Wochen dezimiert, fast schon drei Wochen an einer Aufwärtsbewegung. Das ist schon heftig, aber hier insbesondere unter 17,60 Dollar wird es dann doch kritisch, weil wir haben auch hier diese Abwärtstrendlinie, theoretischer Pullback erfolgt. Wenn wir hier nochmal ranlaufen, sollte es eine Stabilisierung geben. Wenn nicht, wenn der Preis hier deutlich unter 17,50 Dollar auf Tagesbasis fallen sollte, dann muss man sagen, knallt er hier richtig durch und dann kann es hier locker noch einen Dollar und tiefer abwärts gehen bei Silber. Aber die Chancen, dass wir eben anhand der Fuzzi-Vektor-Logik uns heute stabilisieren, sind ganz gut. Wochentag schauen wir uns jetzt auch nochmal final an. Auch hier Sack-USD, der Interbankenpreis und auch hier sehr, sehr guter Bias beim Silber. Schaut halt gut aus für heute grundsätzlich. Also wenn es unter 17,00 Dollar, dann nehmen wir auch wieder das Tief vom Freitag in dem Fall. 17,63 Dollar, machen wir es rund 17,60 Dollar. Gehen wir da drunter, hat der Silber sicherlich den nächsten Abwärts-Move vor sich. Zwischen 17,60 Dollar und 17,80 Dollar in dieser 20-Cent-Ebene kann viel seitwärts gehen. Sollte man nicht unbedingt zwingend da agieren, weil da kann es immer wieder Spikes in die eine oder andere Richtung geben, ohne wirklich das Momentum zu entfalten. Aber die Chart-Marken, die Eingrenzungen sind, wie gesagt, sehr, sehr gut skizzierbar. Gut, dann hätten wir es schon heute für die beiden Edelmetalle wieder im Loop gehabt. Ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche jetzt noch einen erfolgreichen Rest-Handelstag. Und der Hinweis an dieser Stelle am Freitag hier in Frankfurt, JFT Brokers am Start bei den IB Days. Und da gibt es eben ein bisschen Insider-Ausblick und auch natürlich eine klare Ansage, warum wir an dem Win-Win-Konzept interessiert sind und nur den Erfolg unserer Kunden wünschen können. Und auch da haben wir einiges in 2017 noch auf der Agenda für Sie. Also seien Sie gespannt, schalten Sie hier ein, kostenfreie Registrierung möglich. Ansonsten, wenn Sie mögen, hören wir uns spätestens morgen wieder. So, ich sage danke fürs Dabeisein. Ihr Christkämmerer und Tschüss.